Hallo allerseits, hier ist Anja. Eigentlich hättet ihr alle hier sein sollen in Irland, aber wie wir alle wissen, hat es nicht so in diesem Jahr geklappt. Ich bin hier in Fennor, und das ist ein Streudorf direkt an der Küste zwischen dem Burren und dem Ozean. Also der Burren ist ein sehr steiniger Ort, und in der letzten Eiszeit ist Erde dann heruntergespült worden. Es gibt zwischen den Felsen gibt es doch Felder, grüne Felder. Der Burren streckt sich über mehrere tausend Hektar und ist der einzige Ort in der ganzen Welt, wo artische, alpinische und mediterranische Pflanzen nebeneinander wachsen. Also es kommen viele Leute aus der ganzen Welt, um das zu gucken, zu gut achten besonders, in den Sommermonaten und in Mai. Und wir haben auch viele Seepappageien, da kommen auch viele Besucher, die sich dafür interessieren, und es ist ein wunderschöner Ort. Wir hättet eigentlich alle hier sein sollen, also da hätten wir uns kennenlernen können. Also ich hoffe, dass ihr alle im nächsten Jahr dann nach Irland kommt, und dann können wir ein Gespräch haben und uns Ideen austauschen und uns ein bisschen kennenlernen. Okay, tschüss!